Leute, was geht, oder? Ich weiß, ob ihr es gesagt habt, mein Programm habe ich mir jetzt aufgestellt, mein Polamidol von 7ml auf 9ml und statt 1-Ax-Linz, 2-Ax-Linz. Richtig. Ausstieg. Ja, richtig nice. Jetzt werden wir noch ein paar Sachen erledigen. Lins, die ist das Gute, dass alles gleich weiter ums Eck ist. Und ja, magst du auch Hallo sagen? Ja. Es gibt Leute, weißt du, man muss nicht jeden in die Kamera zeigen, es geht ja eigentlich hier um mich und mein Leben. Deswegen frage ich immer die Leute zuerst, ob sie mitwollen auf die Kamera oder nicht, weil ich will keine Probleme danach haben. Aber guckt euch den Taubenmarkt an, und dann wartet kurz. Wie ist es? Ja, jetzt steigen wir in den Böhm. Ja, jetzt steigen wir in den Böhm. Es ist gut, wenn man wieder wieder wird. Bei dir merkt man, wie das viele Bilder auch nicht gut wird. Ja, es ist der Wodka. Die Handywinkung fällt nicht zu Hause. Nein, gar nicht. Ich bin ein YouTuber. YouTuber darf man sein. Und irgendwann kriege ich auch durch YouTube. Das ist das Gute. Ich zeige ihnen, es geht mal ohne, was der Halle egal ist und so. Und ich bin einer, der fühlt keine Gesichter wegen Datenschutz. Und du isst, das muss man schon aufpassen. Aber... Ich zeige ihnen das gleich. Lasst einen Daumen nach oben da. Kommentar, Like, Abo. Und immer Informationen, bleiben wir in der Zeitung wissen. Sehr wichtig. Hey, ich melde mich später zurück. Meine Damen und Herren, mein Informatenschutzschutzhaus, aber ich kann gerade freisch auf der Schauer. Hatte leider keine Akkommeldung, ich habe mich viel verpasst. Jetzt gehe ich mal zum Spar- und Ski kaufen für meine Leute auf der Straße. Richtig nice, oder? Und ja, um 11 Uhr spätestens, gut, vor elf, muss ich wieder in der Notschutzstelle sein. Jetzt komme ich nicht mehr rein. Aber ich muss sowieso zwei Wochen sein. Zwei Stunden warten, bis meine Wäsche fertig ist. Es ist noch gewandt. Bagger ich wieder mein ganzes Brand fresh. Und ja, das war es eigentlich schon alles. Und ja, ah ja, mit meiner Einstellung, mit meinem Programm. Ich habe ein Pool mit so 7ml auf 9ml aufgestuft. Und statt 1 AXL am Tag 2 AXL am Tag. Das heißt, ich bekomme jetzt 14 Stücke mehr am Freitag für eine Woche mit. Und Okay, was sind gerade viele Leute? Das habe ich gar keinen Bock. Und das würde ich noch sagen. Ja, und 6 Flaschen Kohle bekomme ich immer mit. Ah, ich habe verkauft. Das ist ganz riesig. Schöner ist wie du, du fette Tricks. Guckt euch das an. Richtig schöne, richtig schöne Altgebäude. Ich fahr jetzt gleich. Wir müssen das Freitag später nehmen. Weil ich so zu tief bin. Auf jeden Fall, ja Leute. Jetzt habe ich bald wieder einen Reisepass und alles drum und dran. Ja, also. Das passt durchs. Geht. Mein Mann, das Handy, das speitert. Und jetzt wollte ich nur sagen, dass es so weird ist, der Schlag hat. Aber ich wollte nur sagen, ich freue mich auf jede konstruktive Kommentare, Feedback, egal ob positiv oder negativ. Und Lasst ein Like da. Oder Daumen nach unten. Da halt da oben unten. Egal was. Lasst ein Abo da. Teil des. Und ja. Checkt auch meine anderen Kanäle auf saltyboy. S-A-M-T-A-N-S-B-O-Y auf jetzt immer privater Instagram. Oder berg.n-o-s-w auf Instagram. Oder Daddy Peep mit Doppel P im Schluss. Für die Lil Peep Fans. Checkt das einfach ab. Es wird noch sehr viele neue Sachen kommen. Und ich finde es echt nice, dass ihr so hinter mir steht. Und ja. Und ja. Checkt Glück bekomme ich in ein, zwei Wochen. Im Zimmer. Im Arbeiterzimmer. Und ja. Baut rein. Peace out. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.